Mei, es ist Zeit für dich, die Winter zu finden. Komm! Macht euch bereit, den letzten fehlenden Schnipsel zu finden. Was war das gerade für ein Ton? Ähm, I don't know. Äh. Wow. Wie sieht's hier denn bitte aus? Ja, wir sollten den Dachboden wirklich mal aufräumen. Hey! Den Koffer kennt ihr doch hoffentlich noch, ne? Chaotische Dachbögen sind aber trotzdem cool. Oh, ich glaub, das wird mir nicht gefallen. Wir haben bei uns auf unserem Dachboden gar nichts. Bei uns beim Dachboden ist viel. Auch von der Theatergruppe und so. Und alte Klamotten und meine Mama lagert immer ihre Winterklamotten oder Sommerklamotten da. Die haben auf uns alle immer in den Schränken. Wenn du gesungen hast, also gehst du auf die Bühne und zeigst ihm, was du kannst. Da kann ich doch nicht singen. Das ist mein alter Plattenspieler. Genau. Deswegen verwandelt ihr zwei ihn in eine richtige Bühne. Wir brauchen Licht, Lautsprecher und Mikrofone. Ehrlich. Ich werde keine einzige Note singen. Nein. Doch das wirst du. Ha! Nein! Aber wenn sie keinen Bock drauf hat, dann braucht man sie auch nicht dazu zu zwingen. Das klingt fantastisch. Allerdings, Cody. Und du wirst dir helfen, ihre Stimme wiederzufinden. Thomas! Ho! Ho! Jetzt macht euch auf die Suche nach Lautsprechern, Licht und Mikros! Oh Gott. Hey, May. Du kannst es noch. Das ist halt blöd, jemanden zu etwas zu zwingen. Oh, ich wünschte, wir müssen das nicht tun. Was sie nicht möchten. Ach, komm Katze. Komm. Pflanz dich. Ich zwinge dich jetzt dazu, dich hinzulegen. Wir müssen lassen, was da hinten ist. Aber da kommen wir vielleicht später hin. Okay. Ich glaube, das sind die drei Regionen, wo wir hin müssen. Weil der hat hier eben auch eine Platte kaputt gemacht. Das heißt, wir kommen da wahrscheinlich noch hin. Was haben wir hier? Spiel! Autorennen. Wo, 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 wo? Hey, Cody. Hier drüben. Uhhh. Hey, hey, hey. Oh, ich habe das Bedürfnis. An der Niederlage? Ja, ich weiß. Oh, ich mache ich fertig. Ach, da ist er in der Auto. Oh. Oh, verdammt. Du bist ganz schön langsam, May. Langweilig. Responsible driving. Mehr von uns, das ist ja Autofahrerin. Du darfst hier halt in die Kurven, in den Kurven musst du langsamer werden. Ja, ich weiß. Willst du nochmal, oder? Nee. Autöchen. Okay, okay, wir müssen hier. Backstage. Ich weiß nicht, ob ich hier noch... Und wie viel wiege ich? 152,31. Ich frage mich, hey, was ist das hier? Ach, das tut einfach nur den... Du legst den Schalter um und das Ding tut den Schalter wieder anders umgelegt. Weißt? Okay. Wow. Wee. Oh. Yes. Kennst du die Dinger? Ja. Ja. Uh. Da muss man doch irgendwie hochkommen können. Guck mal. Oh. Hey. Da muss man irgendwie hochkommen können. Da ist nämlich ein Knopf. Vielleicht kommen wir später ein. You know, I wanna... Knopf, der Knopf. Okay. Kurze Frage. Kannst du keep talking and nobody explodes? Hast du das nicht mit Face gespielt? Unter anderem und Ray und Kubo. Und... Wir haben das zweimal gespielt. Und dann... Dann... Hatte Face sich überlegt, okay... Wir kriegen Wörter verboten. Und ich hatte bei denen das Wort Knopf verboten bekommen. Weißt du, so zum Drücken, diese große Buzzer. Ja. Und mein Ersatzwort, das ich mir dafür belegt hatte, wir hatten aber keine Knöpfe in dem Moment, war Möp Möp. Ergibt das für dich Sinn? Für mich ist ein Knopf, so so ein Knopf zum Drücken ein Möp Möp. Also in dem Kontext hätte ich es mir wahrscheinlich schon denken können. Aber so an sich, ohne Kontext eher weniger. Okay. In meinem Kopf ergibt das Sinn. Ja, ich meine... Du weißt, was in meinem Kopf alles Sinn ergibt. Ja. Das stimmt. Also... Deswegen verstehe ich das so ein Problem. Kommen wir nach da oben. Man kann da drüber... Man kann da auf jeden Fall rüberschwenken. Ne, sollen wir hoch? Sollen wir... Ich meine rein. Jo. Ähm. Ja. Da, dankeschön. Phase 1. Backstage! Ja, vielleicht kommen wir so raus. Von da oben. Wow. Katze, was machst du denn da drüben? Moment. Oh, es ruckelt. Nö. Nö, 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 Katze! Ah, Gott! Oh, Himmel-Arschenswirn. War das notwendig? Bitte fall nicht in mein Garnelen-Aquarium. Oh. Oh. Wieso bist denn du wieder da oben? Oh. Katzen. Naja, wir gucken einfach mal. Ähm. Schaukel sehe ich. Okay. Superheld mit Becken. Warum habe ich keinen Schild bekommen? Du hast die beste Waffe von allen. Deine Stimme? Oh, ich würde jederzeit tauschen. Ah. Ah. Deine Stimme ist wichtig, May. Vergiss das niemals. Wuppa. Oh, okay. Und ich habe nur Stimmometer, wie viele Stimmen ich habe. Wie viele Stimmen ich nutzen kann. Flight of the Spacemen. Katze, warum bist du nur da hinten? Okay. Ja, hier sagt es mir, dass du... Musst du das genau treffen? Die Stelle? Also das... Kannst du es halten? Da steht... Also länger? Ich habe... Ob du die Note halten kannst? Oder ist das wirklich nur so ein Burst? Ah. Ich darf nicht zielen. Wenn ich ziele, dann kann ich nur einmal gedrückt halten. Okay. Neue Mechanik gelernt. Okay. Ja. Gute Frage. Müssen wir beide? Müssen wir wahrscheinlich beide beieinander sein. Müssen wir beide uns beeilen? Oh Gott. Ja, ich habe nicht so... Okay. Okay. Die Katze ist gerade wieder runtergehüpft und auf meinen Stuhl. Oh Gott. Oh Gott. Nee. Ah, okay. Ich muss das Heim hier irgendwie noch lernen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Patsch, 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 patsch. Manchmal muss ich mich daran erinnern, dass ich auch flitzen kann. Haben wir hier ein Mikro? Ja, du hast hier ein Mikro. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Lass mich fliegen. Da musst du wahrscheinlich Bursts. Oh Gott. Oh oh. Katze hat... Hat ihren... Irre fünf Minuten. Okay. Wundervoll. Ähm. Ich glaube, das kannst du auch für dich selbst machen, dass du einmal reinsingst. Es dauert nämlich einen Moment, bis es ankommt. Ich muss... Oder warte, ich hab ne Idee. Genau. Okay. An sich kannst du auch singen und dich gleich hierher, äh, gleich rüber schicken. Oh, kannst du auch so. Na. Oh. Oh Gott. Was musst du jetzt? Ist das nicht die Jukebox von deinem Großvater? Ja. Hm. Ganz vergessen, dass die noch auf dem Dachboden steht. Glaubst du, die funktioniert noch? Ich wette, wir kriegen sie wieder in Gang. Ah. Oh, lass uns weiter. Oh. Okay. Jetzt gehen wir in die Jukebox rein. In die Jukebox, ja. Wundervoll. Wow. Ich wünschte, mein Großvater könnte uns jetzt sehen. Das wird ihm gefallen. Oder auch. Das war... Oder auch nicht. Er hat immer gesagt, dass ich meine Vorsicht sein soll. Die Liebe seines Lebens. Direkt nach oben. Sie waren so ein süßes Päden. Ah. Oh Gott. Nochmal gerettet. Oha, wenn du mich hörst, ich verspreche, sie mich zu zerstören. Äh, das habe ich mir ein schlechtes Gefühl. Ja, das ist eine Red Flag. Nicht eine Red Flag, eine Death Flag. Wie bist denn da reingekommen? Äh. Oh, da ist eine Tür. Durch die Tür. Die Tür habe ich nicht gesehen. Okay. Muss ich jetzt hier singen? Nee. Oh. Hä? Oh. Okay. Ach so. Oh. Okay. Oh. Dieser Lautsprecher hat eine Antenne. Ich wette, er ist mit deinem Mikrofon verbunden. Das Stipporgan erinnere ich mich gut. Was? Muss ich das kaputt machen? Ich nehme an. Wundervoll. Wie war das mit Opa? Ja, ich mache es nicht kaputt. Ja. Wir machen gerade die ganze Festplatte kaputt. Ja. Läuft. Gib mir was mehr, May. Hier nach brauche ich jetzt noch warmes Wasser. Wir brauchen nicht. Uh. Ich glaube, der muss sich loslassen. Ich kann sich loslassen. Egal was ich drücke, es passiert nichts. Oh, da gehen wir uns mit Hunden mal da auf das andere. Oh, warte. Dreh dich mal um so, dass es zum Lautsprecher zum Mikro geht. Auf dem roten Knopf. Oh. Ich habe keine Ohren. Ach so. Warte. Ne, doch. Hm. Vielleicht muss man öfter. Jetzt kannst du das ablegen. Oh, warte, jetzt tue es auf dem roten Knopf so ablegen. Nein. Warte. Komm. Oder legt es das immer in die selbe Richtung ab. Ne, so. Ja. Warte. Warte, warte. Ach so. Geduld, 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 Geduld. Ich weiß ja nicht, wann du es... Jetzt. Ja, jetzt haben wir ein paar Lautsprecher. Na dann. Wir haben uns Lautsprecher verdient. Oh Gott. Oh no. Das wird jetzt... Okay. Du hast ein Schild. Oh Gott. Bitte die Laser benutzen. Ja. Okay, das richtet sich automatisch. Okay, das ist gut. So, jetzt müssen wir nur wieder... Okay, das ist A, das ist B. Und was brauchen wir? D und C. Ich nehme an. Oh. Okay. Ähm. Ach so, ich muss dich lenken. Ja, okay. Dann würde ich sagen B. B war hier. Oh, in die andere Richtung, also D. Das ist confusing. Ach, du dich da abstoßen. Das ist C. Ich... Okay, oder wir gehen die Richtung. Wir können auch in die Richtung. Sorry. Jetzt D oder nicht D? Ja, D. Mach... Zweimal. Jetzt nochmal C. Warum? Ich habe den Schildblock aktiviert. Wundervoll. Äh, da ist es. Okay. Nochmal D. B? Ja. Nee, das war zu weit. Ähm. Das ist echt gruselig! Das heißt... B und dann einmal... Zweimal C, ne? Okay. Warte. Oder sogar dreimal. Ich muss nur... Ja. Nochmal? Und jetzt D, 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 D. Oder kommen wir da gar nicht durch? Doch. Noch einmal, ne? Noch einmal, ja. Boah, das könnte vielleicht schon zu weit sein. Wir probieren es mal. Äh... Jetzt musst du A. A... Okay, wir müssen doch nochmal B. So, jetzt A. Nochmal. Okay, jetzt D. D... Und jetzt nochmal A. Ah, nee, Güte. Nochmal. Muss er da hoch? Oder kann ich da hoch? Oh, ich kann da hoch. Wundervoll. Ich wäre noch weiter. Hast du so Spaß gehabt? Nee, ich war so fokussiert auf welche wir als nächstes drücken müssen. Nee, komm. Äh... Da. Okay. Gut gemacht, Cody! Danke, Kip! Wuhuuu! Gut gemacht, May! Gut gemacht, Luna! Gut gemacht, Luna! Gut gemacht, Luna! Gut gemacht, Luna! barber